Warum Titeln? Ich gegen Rewi Rewi-Server hasst mich? Gronkh in der Aufnahme Das hat dann gar nichts mit dem Video zu tun Und dann im Anfang sagt, nein Gronkh, ich bin nicht in der Aufnahme Frage beantwortet Gronkh zum eigentlichen Video Das macht gerade echt viele YouTube oder so Echt erbrechert Jai Ja und ich suche auch noch eine Begrüßung bis jetzt einfach Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hallo Aber Mini, ich brauche eine andere. Hast du irgendeinen Vorschlag? Nimm sie schon auf Ja Ich kann das Intro dann zu vorschneiden, das markiert dann im Anfang Oh ja, wirst du Unglaublich Qualität Gibt's neimersäufe-Tipp Und ich mach jetzt einfach Das Video über 10 Minuten und dann baller ich einfach 20 mal Werbung rein Was? Wie lange geht das Video? 20 Minuten 20 Minuten 20 Minuten 20 Minuten 20 Minuten 20 Minuten Das passt Ich glaube, das geht nicht sonst Würde ich sehen Ja genau Leute, ihr müsst halt so rechnen Einmal Werbung anschauen ist für mich einen Euro Ist für jeden YouTuber so Frank verdient viele Euro Weil pro Abonnent kriegt man dann jedes Monat nochmal das Geld zusätzlich Und deswegen fehlt mir ja gar nicht mehr so viel Dass ich halt dann mein Haus bezahlen kann Eben, ja, eben Ich geh von dran übernimmt Das glaubt man gar nicht, wenn man dann schlau tut Man muss halt die richtigen Sponsoren finden Ich hab jetzt zum Beispiel Durex, Playboy und die Deutsche Bahn Die Deutsche Bahn Die Deutsche Bahn Wenn man mehrere Stunden Zeit hat, kann man das nochmal machen Weil wir besser Jetzt sind's vom Auslande Ich hab' ich das versteh' Ich hab' ich das versteh' Ich hab' ich das versteh' Ich hab' mal was zu weit Mach' wir auch Oh! Wie viele Leute machen, dass du noch mal Jetzt kann man drei mit nicht hören Aber du machst' dir keine Videos mehr Aber du machst' dir keine Videos mehr Warum machst' dir keine Videos mehr? Warum machst' dir keine Videos mehr? Dann hat's echt nicht leicht übernehmen Hab' ich ihn nach Hab' ich jetzt überhaupt irgendeinen Ja, zwei, drei Okay, ich hab' ihn mal gestiliert Ich bin zufrieden Weißer Oh, du bist der Scheiße! Sieh' bald Ich hab' ich auch das Team gekriegt, gell? Ja, verkack' Du? Einfach nur, ja, genau das gilt Ja, ja Die Kette wird nicht von ihm sonst gut Warte, schauen wir, ob ich oder ihn gekriegt hab' Hoffentlich, ja Ja, gut, ich find's fair Ich gönne ihm den, weil er hat Two Is for me hast du dann einfach Na, wir zeigen erst mal Nice Bun Ich gönne ihm nur letzten Kill Weil er definitiv mehr geleistet hat Und ich hier einfach nur hergegangen bin Und abgestebt hab' Aber Leute, wenn sie niemand tötet Dann wird das halt auch nichts Dann hilft's auch niemandem Ich geh' jetzt einfach nur noch hinter dem Typen her Und räum' hinter ihm auf Ich glaub', der ist richtig gut Er hat schon wieder einige getötet Ich glaub', dass er selber Bin mir nicht sicher Nee, warte, ist mal ein anderer Nice Die sind schlecht Ich hoffe, dass hier jetzt dann das Bett ist Nice Nein, ich hab' auch gleich eins da Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Ich hab' das Bett Alles, die haben wir uns ja Ja, ich auch gleich Ja, der hat mein Bett gemacht Ja, ich auch gleich Zeig ruhig Bitte nicht, ja Wenn ich das jetzt nicht gekriegt hätte, wär' ich so scheiße sauer Nice, ihr Bett, ihr Bett Und die Kidskrieg ist mir jetzt egal Und die Kidskrieg ist mir jetzt egal Ja, ich hab' einen sogar noch Das ist echt richtig die schnelle Runde Gameplay, Leute, hier ist pures Gameplay Eine Runde Eine Runde Ab Grün hat der Bett noch, oder? Oh, dann hör' ich auf den Ah, ne, grün hört uns nicht mehr Das ist richtig die schnelle Runde Das ist richtig die schnelle Runde Wird es das hieß, Blitterpänner? Das ist gemein Ja, du darfst auch nie deine Töten, wenn du willst Mach mal mal teilen Weil meine Ruh kaputt geht ja Mit deiner Meiner Oh, fuck Jetzt hätt's mir fast doch egal Hätt's mich fast hin und zu gern Schau' du darfst den her Wie viel grün hast du getötet, meine Runde? Zwar 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 Schau' dann kannst du über die denn noch Vor allem nicht Punkte holen Schau' Zack Und den hinter dir auch noch Komm, der sich hochbaut, den kriegst du noch Jawoll Dreck ja Den hab ich jetzt nicht mehr Den nicht mehr, hab ich gesagt Nice Schön, dass du auf mich hörst Na, in der Ernste Nur für die Zuschauer Er hat jetzt nicht auf mich gehört, denn er ist runtergefallen Ehhhh Sechs Kills Ein Bett 65 Punkte Geht Ich würd sagen, wir sehen uns gleich noch mal in der zweiten Runde Das war jetzt ein bisschen kurz Hahaha Das war jetzt echt kurz Wenn wir die nächste verlieren, nimm das mit ihr ein Ehhh Jetzt auch wir die verlieren Wie viel haben wir von den letzten Runden jetzt verloren? Wir haben heute... Haben wir heute schon mal verloren? Ja, wir haben verloren Hallo und herzlich willkommen zur... Zweiten Runde Freizeitpark Hab ich extrem lange nicht mehr gespielt und damals gehasst Du bist gekickt worden Du weißt, wie du bist gekickt worden? Ich hab das Video und schon mit dem jetzt Habe ich nicht gemerkt Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich mit lauter Lose in dem Team Ja, aber hab ich es nicht gewohnt? Na ja, spiel Ich schau euch das Video weiter an Ganz fertig Mit dem Mini ist es echt nicht leicht, Leute Mit dem Mini ist es echt nicht leicht, Leute Lasst euch das gesagt sein Mit dem Mini ist es scheiße schwer Weil er spielt zwar gut Aber es ist halt der Mini Ich hab das Video Es ist nämlich bei der Kopie Das erste war ein Komplimentes Seite nicht wirklich Nein, ich hab das Problem Nein, ich hab das Problem Okay So 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 Ich bin deswegen wie blöd wie stark das Rausschnitts in die Übernissicht Wenn man schon vielleicht die Lüftung wechselt vom Computer Wolle halt mal putze oder so, dass es wieder besser wird Kann man auch Ich weiß nicht nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Lala 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 So eine Scheiss-Position, da können sie mich durchritten, ey Hä? Ihr Bett ist schon abgeb... Lol, wo ist das Bett hier jetzt? Das Bett ist jetzt mal anders, Mini Leil Das Bett ist jetzt da drüben Alter Sag mir auch niemand Freizeitpark Das Bett ist jetzt Wanderster Freizeitpark, fuck, fuck, ich darf nicht sterben jetzt, fuck, ich bin tot, hab ihr Bett, aber bei nächstes noch, muss wieder in der Mitte sein, oder? Och ne, jetzt bauen sich schon zwei, ooooh, ich bin nicht der Verteidiger, weil es gibt Sicher Spiele, die gerne gut verteidigen, aber ich finde, wenn man jetzt gut rushen kann, also wenn man gut spielt, dann sollte man rushen, weil... Ja, weil mit Schwert hinhauen kann jeder. Ja, genau, gut equippen, wenn man schlechter spielt, das sollte man in der Base sein, dann stirbt man nicht, sondern man hat gutes Equip, man sollte auf das beste Equip kommen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und dann halt einfach schauen, dass das Best Safe bleibt. Wenn die die schlecht spielen, sagen bestimmt, ja, ich bin schlecht, die bleibt jetzt hinten. Ja. Das sag ich persönlich immer, scheiße, ich hab verkackt, oder? Die können doch nicht so dumm sein und mich jetzt nicht töten, ich bin mitten in der Base. Bitte, das traue ich ihnen jetzt nicht zu. Alter, wie schlecht sind die denn gerade, die Teams? Brauchst nicht meinen, dass ich jetzt irgendwas geleistet habe, ich bin nicht stolz auf das, was ich gerade getan habe, Leute. Klar, ich schäme mich auch nicht dafür. Man, warum sollte ich ein Team ausschalten? Easy. Aber, aber, ich hab null geleistet dabei. Pfff. Oh, fuck, jetzt. Oh, jetzt sind zu viele, ey. Ich hasse es, ich kenn die Map nicht mehr. Bah, jetzt bin ich gestorben. Bah, das war wieder scheiße und kein Kill von Rot. Mal. Macht uns halt extrem angreifbar, wenn sie jedes Mal einen neuen Weg bauen, wenn sie uns angreifen, sind wir halt bald extrem am Arsch. Das ist mir auch nicht so gut. Irgendwie sind da runter sehr viele Schächte. Wie ich das mal so sagen darf. Oh, hier. Natürlich. Ach, wer schießt auf mich? Ist das unser Team? Vielleicht irgendwie witzig. Wenn es Rot wäre, kann ich schießen. Dann wüsste ich zumindest, dass ich es gerade gefunden habe. Jetzt könnte ich es schaffen. Dann hätte ich drei Betten. Dann könnte die mich Gott nehmen. Vielleicht sollte ich mal mit Endstellungen zu bauen. Sehr gut, Jan. Sehr gut. Hä, das hat sogar den zweiten Eingang ja gar nicht... Mein Bett wurde auch zerstört. Alter, mein Team hat nicht... In der Runde hat niemand irgendwas gerissen. Zu drei Betten, du wirst. Ja. Und meins ist auch weg. Zu drei Betten. Alter, jetzt verlier ich. Das ist ja richtig schlecht. Ich bin schlecht hier. Fitter Ding. Fuck. Ich will jetzt... Boah, ich bin tot. Alter. Boah. Und ich hab wahrscheinlich wieder richtig wenig Kills. Drei Kills. Drei Betten. Ja, Leute. Ich lass die Runde jetzt trotzdem drin, weil es mich einfach anpisst. Man kann ja wohl irgendwas vom eigenen Team erwarten. Ich hab zwei Teams sofort ausgeschalten. Das heißt, es war nur noch ein Team, von dem sie sich in Acht nehmen mussten. Und bei dem hab ich ebenfalls das Bett abgebaut. Das kann es ja wohl nicht sein. Irgendwas. Könnten die ja wohl zu sieben reißen. Irgendwas. Zum Beispiel beim Bett campen und verteidigen. Ja, irgendwas. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wegen diesem traurigen Ende. Und bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wegen da nicht. Bestimmt. Ja. 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 Ja.